Grüß dich und willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Oliver Jonitz, ich bin Heilpraktiker und heute möchte ich mit dir über das Thema Ernährung sprechen. Und zwar über Darmgesunde Ernährung. Wie ich mich selber ernähre, vor allem mit meiner Erkrankung Morbus Crohn, also ist das Video für alle interessant, die an einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung oder an Reizdarm leiden, aber auch für all diejenigen, die präventiv was Gutes für ihren Darm tun möchten. Vorab, wenn dich diese Themen interessieren, wenn du dich für Darmgesundheit oder alternative Heilkunde interessierst, wenn du mehr Energie im Alltag haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Die Community wächst und wächst und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Ja, die meistgestellte Frage, wenn es um das Thema Ernährung geht, ist natürlich, welche ist denn die richtige Ernährungsweise bei CED, bei Reizdarm, aber auch wenn ich einfach sowas Gutes für den Darm tun möchte, Olli, wie soll ich mich ernähren? Meine Antwort vorab, die richtige Ernährungsweise gibt es natürlich nicht, denn das ist bei jedem individuell und da muss jeder schauen, was er verträgt, was er nicht verträgt. Aber ich präsentiere dir in diesem Video gewisse No-Gos, also Lebensmittel oder zumindest Zusätze, auf die man verzichten sollte und im Hauptteil möchte ich den Fokus auf Mikronährstoffe legen, also auf Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Aminosäuren und Fettsäuren. Daher, bei mir geht es weniger darum, gewisse Lebensmittel zu verbieten. Es gibt No-Gos, auf die ich eingehen werde, aber mein Fokus liegt eher auf Mikronährstoffen, weil es auch oft so ist, Patienten mit CED, aber auch Reizdarm-Patienten entwickeln häufig Mangelerscheinungen. Und wenn du dir das Video bis zum Ende anschaust, nenne ich dir noch zusätzlich 5 Alltagstipps, die du sofort umsetzen kannst, um deine Ernährung zu optimieren. Wenn du unter Erkrankungen leidest wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder auch Reizdarm, gibt es verschiedene Diäten, von denen du profitieren könntest. Ich möchte jetzt kurz auf drei dieser Diätformen eingehen und dir die Besonderheiten vorstellen. Das ist zum einen die Paleo-Diät, die Steinzeit-Diät. Hier werden vor allem Lebensmittel konsumiert, die mutmaßlich in der Steinzeit vorhanden waren, also Fleisch, Fisch, Eier, Beeren, Gemüse, aber auch Nüsse und Samen. Gemieden werden zum Beispiel Milchprodukte, aber auch Weizen, also vor allem Nudeln und natürlich Zucker. Also jetzt nicht Fruktose in Obst, sondern industrieller Zucker. Und für das Fleisch gilt natürlich kein Fleisch aus der Massentierhaltung und vor allem kein industriell verarbeitetes Fleisch. Die zweite Diät ist die FODMAP-Diät. Die FODMAP-Diät wird vor allem Reizdarm-Patienten empfohlen, aber auch CED-Patienten können enorm von ihr profitieren. Bei der FODMAP-Diät legt man den Fokus auf einzelne Lebensmittel. Also der Patient würde wirklich eine Liste bekommen mit zahlreichen Lebensmitteln, die er jetzt essen darf und die er nicht mehr essen darf. Lebensmittel wie Honigmelone, Erdbeeren, Kartoffeln, aber auch Fleisch und Fisch, Hafer und Dinkel sind erlaubt. Verboten sind Weizen, Joghurt, Milch, Zwiebeln, Rote Beete, Spargel und zahlreiche andere Lebensmittel. Zugeben, ich bin kein großer Fan von der FODMAP-Diät, weil die Patienten und Patientinnen in der Regel dann eine große Liste von Lebensmitteln bekommen, die sie essen dürfen und die sie nicht mehr essen dürfen. Und das kann durchaus häufig zu Frust führen, weil man doch auf einmal einen beachtlichen Teil seiner Lebensmittel im Alltag nicht mehr essen darf. Und das führt dann nicht selten dazu, dass die Patienten sich durchaus eine gewisse Zeit an die Ernährung oder an die Diät halten, aber dann doch frustriert aufgeben und der Erfolg bleibt dann aus. Die dritte Diät hat keinen besonderen Namen, sie wird einfach anti-entzündliche Diät genannt und hier wird auch verzichtet auf Zucker, auf Milch, auf Alkohol und auf Weizen. Und wenn man mich jetzt fragt, ja was ist denn jetzt dein Fazit, für welche Ernährungsform soll ich mich entscheiden, dann sag ich, für keine von den dreien. Ich schaue vielmehr auf die Gemeinsamkeit von diesen Ernährungsformen und komme dann zu dem Entschluss, welche Lebensmittel werden immer wieder genannt, die man meiden sollte. Das ist zum einen Milch, Zucker, Alkohol, Fleisch, also industriell verarbeitetes Fleisch und häufig Weizen. Dazu kommt natürlich noch, dass wir auf Emulgatoren und auf Konservierungsstoffe verzichten sollten. Auch Süßstoffe tun unserer Darmflora nicht gut. Gut, Emulgatoren konnte man sogar nachweisen, dass sie eine Entzündung im Darm befeuern. Das heißt, wie ernähren wir uns richtig? Wir wissen es eigentlich alle, möglichst naturbelassen. Und wir sollten uns für Lebensmittel entscheiden, die so wenig wie möglich verarbeitet sind. That's it. Eigentlich ganz einfach, oder? Deswegen hier nochmal mein Appell an euch. Verzichtet auf komplizierte Diäten. Keep it simple. Versucht Step by Step die genannten No-Gos aus eurer Ernährung zu eliminieren. Und wenn ihr natürlich Lebensmittel habt, die ihr nachweislich nicht vertragt, dann heißt es weiterhin meiden. Logisch. Aber kommen wir jetzt zum Hauptteil des Videos. Und zwar der Fokus auf die Mikronährstoffe, auf Vitamine, auf Spurenelemente, Mineralstoffe und Co. Warum ich den Fokus auf Mikronährstoffe lege, ist ganz einfach. Das liegt einfach daran, dass Patienten mit Reizdarm oder auch Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen häufig Mangelerscheinungen entwickeln. Das hängt damit zusammen, dass die Patienten natürlich einen entzündeten Darm haben. Und der entzündete Darm ist in seiner Aufnahmefähigkeit, also Mikronährstoffe aufzunehmen, gestört. Und das führt eben dann zu diesen Defiziten. Aber viele Patienten haben sogar schon Entzündungen im Mund. Und das bedeutet, die Quantität an Lebensmitteln nimmt in der Folge ab. Und natürlich nimmt dann auch die Quantität an Mikronährstoffen ab. Der erste Nährstoff, den wir uns widmen, sind die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren haben das Potenzial, anti-entzündlich zu wirken. Sie erhöhen die Diversität in eurem Darm. Also sie fördern gute Darmbakterien. Und wiederum die Darmbakterien, die Buttersäure produzieren. In der Fachsprache Butirat genannt. Und dieses Butirat wirkt zusätzlich anti-entzündlich. Also sehr interessant für alle CED-Patienten. Außerdem können Omega-3-Fettsäuren die Remission bei CED-Patienten erhalten, verbessern die Lebensqualität und konnten nachweislich den Kalprotektin-Marker im Stuhl senken. Bei Colitis ulcerosa-Patienten. Der Kalprotektin-Wert ist der Entzündungsmarker bei CED-Patienten. Euren Bedarf an Omega-3-Fettsäuren könnt ihr vor allem mit Fisch decken. Lachs, Makrele, Hering oder Sardellen. Alternativ könnt ihr natürlich immer auf ein Algenöl zurückgreifen. Das ist meine persönliche Empfehlung. Viele empfehlen zur Bedarfsdeckung auch Leinöl oder Leinsamen. Das ist aber problematisch, denn die Alpha-Linolensäure, die vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln steckt, wird nur zu einem geringen Teil in EPA und DHA umgewandelt. Also die biologisch wirksamen Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen, die eben dieses anti-entzündliche Potenzial haben. Deswegen eignen die sich nicht wirklich als Omega-3-Fettsäure-Quellen. Weiter geht's mit Zink. Zink ist vor allem wichtig für euer Immunsystem, fördert Heilungsprozesse und sorgt auch für eine stabile Darmbarriere. Zinkhaltige Lebensmittel blende ich euch hier mal eben ein. Alternativ kann man bei einem schweren Zinkmangel natürlich auch immer auf Ernährungsergänzungsmittel zurückgreifen. Das nächste Vitamin kennen vermutlich alle. Es handelt sich um das Vitamin C. Für das Vitamin C gilt ähnliches wie für das Zink. Es fördert Heilungsprozesse und ist sehr wichtig für euer Immunsystem. Und warum ich die beiden jetzt hier auch direkt hintereinander erwähne, liegt daran, dass viele Patienten mit CED Kortison bekommen. Und Kortison erhöht die Ausscheidung von Vitamin C, Zink und Magnesium. Daher, achtet auf die drei, habt die immer im Blick, vor allem jetzt in der Erkältungszeit. So, nach C kommt A, wir sind beim Vitamin A. Vitamin A fördert gesunde Schleimhäute. Und das gilt vor allem natürlich auch für deine Darmschleimhaut. Außerdem spielt Vitamin A auch eine große Rolle bei deinem Immunsystem und sorgt für eine stabile Darmbarriere. Ein Mangel an Vitamin A ist gar nicht mal selten und deswegen solltest du Vitamin A bzw. Beta-Carotin, also die Vorstufe von Vitamin A, immer auf dem Schirm haben. Deinen Bedarf an Vitamin A bzw. Beta-Carotin kannst du decken, wenn du Lebensmittel konsumierst wie Grünkohl, Spinat, aber auch Karotten oder Eier, Felssalat und Brokkoli. Aber Achtung an alle Schwangeren! Eine zusätzliche Einnahme von Vitamin A bitte immer mit eurem Therapeuten besprechen, weil eine zu hohe Dosis das ungeborene Kind schädigen kann. Weiter geht's mit zwei B-Vitaminen. Erstmal mit dem Vitamin B12. Das Vitamin B12 ist im Grunde das Morbus Crohn-Vitamin, denn B12 wird im terminalen Ilium aufgenommen, also im Endstück des Dünndarms. Und das ist häufig bei Morbus Crohn-Patienten entzündet, deswegen kommt es nicht selten zu einem Mangel. Vitamin B12 ist wichtig für das Nervensystem, aber auch für die Blutbildung. Das heißt, erstens, wenn Vitamin B12 im Mangel ist, kann es langfristig zu irreversiblen Nervenschäden kommen. Zweitens kann es zu einer Anämie kommen, also zu einer Blutarmut. Das ist einerseits durch Eisen möglich, aber auch, wenn ein B12- oder Folsäuremangel vorliegt. Und bei einer Blutarmut fühlt ihr euch ziemlich müde, schlapp und antriebslos. B12-haltige Lebensmittel sind vor allem tierischer Natur, also Fleisch, teilweise Fisch, aber auch gewisse Käsesorten. Deswegen sagt man auch den Veganern immer als Appell, denk an deinen B12-Haushalt und denen wird häufig ein Nahrungsergänzungsmittel mit B12 empfohlen. Folsäure ist ebenfalls ein B-Vitamin und ist auch wichtig für die Zellteilung und die Blutbildung. Patienten mit Störungen im Darm neigen auch häufig zu einem Mangel an Folsäure. Folsäurehaltige Lebensmittel sind zum Beispiel Spinat, Grünkohl, auch Felsalat und wieder mal Brokkoli. Und dass ich die beiden B-Vitamine direkt wieder hintereinander nenne, ist natürlich auch kein Zufall, denn viele CED-Patienten bekommen häufig einen Wirkstoff verschrieben, der heißt Azathioprin. Das ist ein Immunsuppressivum. Und dieser Wirkstoff hemmt die Aufnahme von B12 und Folsäure. Kommen wir jetzt zu dem CED-Mangel. Eisenmangel. Denn 60 bis 80 Prozent der CED-Patienten sind von einem Eisenmangel betroffen. Das liegt natürlich auch wieder an der gestörten Resorptionsfähigkeit des Darms, aber auch, dass sehr häufig Menschen in Deutschland von einem Eisenmangel betroffen sind. Und das vor allem die Frauen. Wenn du mehr zum Thema Eisen wissen möchtest, habe ich dazu auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich dir hier. Schau es dir gerne an. Die Aufgaben von Eisen ganz knapp erklärt. Eisen ist wichtig für die Blutbildung. Ohne Eisen fühlt ihr euch schlapp und müde, denn ohne Eisen kann es zu einer Anämie kommen. Ähnlich wie bei einem B12- oder Folsäuremangel. Euren Bedarf an Eisen könnt ihr mit Lebensmitteln decken wie Amaranth, Kürbiskern, aber auch natürlich Fleisch. Alternativ, wenn der Mangel stark ist, bekommen die Patienten auch nicht selten eine Infusion. Oder eben ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapsel- oder Tablettenform. Fast geschafft. Jetzt kommen wir zum Eiweißmangel. Was Patienten mit einer Darmstörung auch häufig haben, ist ein Eiweißmangel. Und hier geht es vor allem um eine Aminosäure. Und zwar L-Glutamin. L-Glutamin ernährt unsere Darmschleimhaut, versorgt sie mit Energie und verhindert ein Leaky Gut. Also einen löchrigen Darm. Dazu kommt aber noch ein Video. Deswegen mein Appell an euch, mehr Eiweiß essen. Das gilt nicht nur für Sportler oder Kraftsportler, Bodybuilder. Das gilt für jeden. Vor allem für CED-Patienten. L-Glutamin findet immer dort, wo viel Eiweiß ist. Und was hat viel Eiweiß? Zum Beispiel Haferflocken. Amaranth. Fleisch, Fisch, Eier. Aber auch zum Beispiel Nüsse. So, kommen wir langsam zum Ende des Videos. Ich hoffe, du bist noch interessiert dabei. Denn jetzt geht es um Probiotika und Präbiotika. Probiotika sind lebende Mikroorganismen. Also Bakterien. Gute Bakterien, die unserer Darmflora und unserem Darm gut tun. Sie stärken die Darmbarriere und verdrängen pathogene Keime, also die bösen Bakterien. Außerdem konnten hier ebenfalls Studien zeigen, dass sie eine Remission verlängern können. Daher immer auf probiotische Lebensmittel achten. Probiotische Lebensmittel sind zum Beispiel Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi, also das ist fermentierter China-Kohl, und Apfelessig. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf Präbiotika eingehen. Was sind Präbiotika? Präbiotische Lebensmittel sind im Grunde Ballaststoffe, also unverdauliche Nahrungsbestandteile, die aber unseren guten Bakterien als Futterquelle dienen. Manche Bakterien produzieren unter anderem Butirat, also die Buttersäure, die ich eben schon angesprochen habe. Sie ist der Hauptenergie-Lieferant unserer Darmzellen und wirkt antientzündlich. Deswegen sollten wir immer darauf achten, genug präbiotische Lebensmittel zu uns zu nehmen. Die Auswahl an präbiotischen Lebensmitteln ist eigentlich sehr, sehr groß. Und es ist in der Regel Gemüse, also Chicorée, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, aber auch Bananen sind präbiotisch. Und zum Beispiel gekochte und abgekühlte Kartoffeln, die sind reich an resistenter Stärke. Hier habt ihr natürlich auch immer die Wahl, entweder auf Lebensmittel zurückzugreifen oder auf Nahrungsergänzungsmittel. Und wie versprochen, gebe ich dir jetzt noch 5 Tipps für eine gute Verdauung. Erster Tipp, langsam essen, gut kauen, lass dir Zeit beim Essen. Während des Kauens wird der Speisebrei mit Speichel angereichert und kann einfach viel besser vom Verdauungstrakt verdaut werden. Zweiter Tipp, viel trinken. Logisch, wer viel Wasser trinkt, neigt auch seltener zur Verstopfung. Dritter Tipp, versuch mal Gewürze wie Zimt oder Kurkuma in deine tägliche Ernährung zu integrieren, denn solche Gewürze wirken antientzündlich. Tipp 4 und Tipp 5, wenn all das dir nicht hilft und du weiterhin Probleme hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit in eine Therapie begeben und mal auf Unverträglichkeiten testen. Dann kann es immer sein, dass du gewisse Lebensmittel nicht verträgst und die die Probleme bereiten. Und deswegen empfehle ich auch direkt Tipp 5, ein Ernährungstagebuch zu führen. Schau mal ganz konkret, was du am Tag isst und schreibst dir auf. Dann weißt du nämlich ganz genau, wenn du jetzt beispielsweise Zwiebeln gegessen hast und du entwickelst daraufhin einen Blähbauch. Dann schreibst du dir auf, du hast eine Zwiebel gegessen, hast darauf einen Blähbauch entwickelt und dann weißt du auch für die Zukunft, ja, die Zwiebel, die hat da eventuell Potenzial bei mir Probleme zu machen. Und das kannst du mit allen Lebensmitteln machen. Schreib die Lebensmittel auf, schreib die Menge der Lebensmittel auf und schreib dir die Symptome auf, damit du immer ganz genau weißt, okay, ich habe jetzt heute schon wieder einen Blähbauch, das waren wahrscheinlich die Zwiebeln wie gestern. Ich höre dann oft Kommentare wie, aber Olli, ich kann doch nicht alles aufschreiben, ich kann doch nicht jedes Lebensmittel in mein Ernährungstagebuch schreiben. Doch, das geht. Wenn wir uns danach richten, dass wir uns möglichst naturbelassen, möglichst natürlich ernähren und vor allem auf Lebensmittel zurückgreifen, die so wenig verarbeitet wie möglich sind. Und dann wirst du auch schnell feststellen, welches Lebensmittel dir nicht gut tut oder welcher Inhaltsstoff für Probleme sorgt. So, das reicht aber heute von meiner Seite. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass du von meinen Tipps profitieren kannst. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was für dich denn so wichtige Faktoren sind, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich denke, das ist auch sehr nützlich für andere, damit sie von deinen Tipps zusätzlich profitieren. Ich bedanke mich wieder mal bei dir fürs Zuschauen und würde mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und beim nächsten Video wieder dabei bist. In dem Sinne, einen schönen Tag wünscht dir dein Heilpraktiker. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ribeiertet Untertitelung des ZDF, 2020